Ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort? Nein, das ist Schnee von gestern. Ein Mann, viele Werke. Ein Mann, viele Veränderungen. Ein Mann, viele Fragen. Von wem sprechen wir? Vom Gründer der Internationalen Familienhilfe OCG. Aber auch folgende Gründungen gehen auf ihn zurück. Panoramafilm, Klagemauer TV mit 90 Studios, 170 Moderatorinnen und Moderatoren in 38 Sprachen und einem Sendegebiet von 212 Ländern, Lion Verlag, AZK, S&G Handexpress, Sasek TV und vielerlei mehr. Wir sprechen von Ivo Sasek. Wer ist dieser Mann, der nur Werke ins Leben ruft, die von Millionen von Menschen über Jahrzehnte hinweg unentgeltlich genutzt werden dürfen? Denn nicht nur alle seine Veranstaltungen sind samt Kostenverpflegung unentgeltlich, ebenso seine internationalen Therapieangebote, seine über 20 Bücher, seine Spielfilme, seine zahllosen Dokumentarfilme, Zeitschriften. Kurzum einfach alles. Zum Nulltarif und dies seit über 35 Jahren.